Moin Moin ihr Füchse, neuer Sonntag, neues Video. Heute machen wir mal was ganz besonderes und zwar arbeiten wir mal mit dem Shader Graph. Ich gebe so einen kleinen Einblick und wir machen zusammen schon diesen kleinen Glow Shader zusammen in Unity. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Damit wir überhaupt starten können mit dem Shader Graph, seid bitte sicher, dass ihr unter dem Package Manager, also Window Package Manager, den Shader Graph und natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass die Render Pipeline von Unity, also die Lightweight Render Pipeline, dass ihr diese beiden Sachen importiert habt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kann ich dazu gerne nochmal ein Video machen. Lasst es mich einfach unten wissen. Gut, dann werden wir starten, indem wir einfach Create klicken und auf Shader, PBR Graph, was nichts anderes bedeutet als Physics Based Rendering Graph. Das ist nämlich das neue Shader Graph System von Unity, was heißt neu, gibt es jetzt auch schon ein bisschen, aber ich dachte, wir starten mal damit. Gut, wir wollen in diesem Tutorial einen kleinen Glow Shader machen, um einfach mal so ein bisschen was dazu zu erklären. Ich ziehe erstmal meinen Crystal Prefab hier rein und dann werden wir als erstes natürlich den Shader öffnen, denn da wollen wir das Ganze dann applaien auf diesem Material. Also öffnen wir jetzt hier den Shader, einfach Doppelklick drauf und schon befinden wir uns im Shader Graph. So, kurze Erklärung hierzu. Das ist sozusagen eure Masterclass, das heißt, hier trifft alles aufeinander. Das ist sozusagen das Ende von eurem Shader. Und hier haben wir noch verschiedene Referenzen, die wir machen können, falls wir Properties haben wollen, die man im Inspector dann zum Beispiel bearbeiten kann. Also zum Beispiel Float Values, beziehungsweise Float Values, kann ich euch direkt sagen, heißt Vector 1. Vector 1 ist zum Beispiel nichts anderes als eine Float Value. Und wenn wir hier halt was im Editor direkt in Unity bearbeiten wollen, also hier vom Material aus, dann müssen wir hier uns Properties anlegen. Da komme ich aber gleich auch noch zu. Wir werden auf jeden Fall anfangen, indem wir hier zum Beispiel, ihr könnt einfach Leertaste reindrücken hier. Ihr könnt aber auch rechte Maustaste drücken und dann Create Node. Gut, dann habt ihr hier unten eine Suchfunktion oder ihr könnt euch die einzelnen Kategorien euch switchen. Wir werden jetzt aber anfangen mit einem Fresnel-Effekt. Das ist quasi nichts anderes fast als eine kleine Umrandung um unser Material sozusagen. Und hier werden wir ganz simpel anfangen, indem wir uns nämlich hier die erste Property schon erstellen, denn wir wollen hier ein bisschen mit der Power dann rumspielen und ist ja blöd, jedes Mal in den Shader zu gehen, um das zu machen. Deswegen klicken wir hier einmal auf Vector 1 und das nennen wir jetzt einfach mal unsere Glow Power. Hier könnten wir jetzt noch eine Default Value auswählen. Ich werde jetzt für dieses Tutorial die 1 nehmen und auf die Reference, da werde ich später in einem anderen Tutorial noch darauf eingehen, denn das werden wir hier auch noch nutzen im nächsten Part. Und auf jeden Fall ziehe ich mir das jetzt einfach hier rein per Drag & Drop, apply mir das Ganze hier, indem ich das einfach gedrückt halte und hier reinfüge. So, dann haben wir nämlich schon mal die Möglichkeit, das Ganze hier im Inspector und nicht im Shader zu ändern. Als nächstes wollen wir natürlich auch die Color bestimmen von unserem Glow-Effekt, deswegen klicken wir einfach nochmal aufs Plus, klicken auf Color und nennen das Ganze jetzt unsere... Oh, ist manchmal ein bisschen tricky, wenn das Mikrofon hier so ein bisschen vorhängt. Glow Color. So, hier wollen wir natürlich den Mode in den Wurf HDR, dass wir hier auch so einen schönen Glow-Effekt hinbekommen, weil dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, hier die Intensity sozusagen so einen kleinen Bloom-Effekt noch zu bestimmen. Und ich wähle jetzt hier einfach mal eine... Nehmen wir mal so ein schönes Blau und die Intensity machen wir mal auf 2. Einfach erstmal standardmäßig können wir dann mit Spectre immer noch ändern. Dann ziehe ich mir das Ganze hier rein. Jetzt wollen wir die beiden natürlich zusammenbringen, also den Fresnel-Effekt und die Color. Und alles, was wir dafür eigentlich nur brauchen, ist ein Multiplier. Deswegen einfach den Multiplier, Multiply, dann den Out hier auf A, unsere Color auf B und dann können wir uns das Ganze hier in die Emission ziehen und schon haben wir hier unseren ersten Effekt, wie ihr hier sehen könnt. So einen kleinen Glow-Effekt außen und in der Mitte nicht. Das bewirkt halt dieser Fresnel-Effekt. Wenn ich mir das Ganze jetzt mal hier speichere auf Save Asset und das Ganze schließe und wir uns dann mal unser Material packen und hier einfach mal auf Shader Graph und hier ist schon unser Shader drin, Glow klicken, dann seht ihr hier, dass wir hier schon so einen Glow-Effekt haben, was ziemlich, ziemlich cool ist. Allerdings haben wir nicht die Möglichkeit, eine Texture zu applaien und es leuchtet bisher einfach nur. Und es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn wir das über die Zeit leuchten lassen, wie so ein kleiner Ping-Pong-Effekt. Und dafür nutzen wir eine Synthime, indem wir einfach mal Time klicken. Also eine Synthime ist eigentlich nichts anderes als, in unserem Fall geben wir ein 0 und 1. Das bedeutet, dass er von 0 auf 1 geht und von 1 wieder auf 0. So, dann brauchen wir hier eine Remap-Function. Da haben wir nämlich unsere Min und Max drinne und dann wählen wir hier die Synthime oder Sin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und gehen hier auf den In und dann können wir hier rumspielen, also sozusagen auf Minus 1 zu 1. Das ist unser Min, Max und unser Out machen wir jetzt. Hier können wir übrigens auch die Geschwindigkeit dann bestimmen. Ich wähle für dieses Tutorial 0,1 und ihr seht schon, hier könnt ihr direkt diesen Effekt sehen und das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Damit das Ganze jetzt aber, wir wollen das jetzt hier gleich auch in die Emission ziehen. Wenn wir das machen, wird Folgendes passieren. Dann haben wir natürlich unsere Farbe nicht mehr. Deswegen move'n wir uns das Ganze hier mal weg. Das könnt ihr übrigens machen, wenn ihr so ein Rechteck zieht und einfach bewegt. Ihr könnt auch einzelne hier bewegen. Und was wir brauchen, ist dasselbe wie dort oben mit dem Fresnel-Effekt, nämlich einen Multiply. Und hier gehen wir in den ersten Out in A rein und hier gehen wir mit dem zweiten Out in B rein. Und dann können wir hier den letzten Out in die Emission ziehen. Und schon haben wir einen Glow-Effekt, der sich auch bewegt. Jetzt können wir das Ganze nochmal speichern und dann einmal auf Play klickt. Dann seht ihr, dass euer Glow-Effekt jetzt schon richtig leuchtet. Eine kleine Sache fehlt allerdings noch. Was ist zum Beispiel, wenn wir eine Textur haben? Weil aktuell ist es eine normale Default-Color vom Shader jetzt hier oder vom Material. Deswegen können wir hier einfach nochmal den Shader öffnen. Und um eine Textur hinzuzufügen, wird es manchmal... Ja, tricky wird es nicht. Aber wir wählen jetzt hier einmal das Plus aus, damit wir die Textur natürlich auch im Inspector bearbeiten können und nennen das Ganze jetzt mal unsere Glow-Tecture. Hier könnten wir auch eine Default-Tecture bestimmen. Das können wir auch gleich machen, weil wir haben ja unsere Crystal-Tecture hier. Dann ziehen wir uns das Ganze rein. Und was man jetzt machen könnte, da wir das Ganze in Occlusion natürlich applyen wollen, viele denken immer, ziehe ich hier hin, gut ist. Ist leider nicht der Fall, weil wir müssen jetzt hier noch den Input einmal, das Sampler-Tecture noch umändern, indem ihr einfach die Sample-Tecture-2D hinzufügt, um das Ganze mit der RGB-Color in Occlusion dann zu applyen. Und das war es eigentlich auch schon, wenn ich jetzt auf Safe Asset gehe, dann einmal den Shader schließe, Material öffne. Hier wird es jetzt nicht assigned sein, das müsst ihr hier dann nochmal machen. Dann könnt ihr eure Textur assignen und schon haben wir unsere Crystal-Textur und einen richtig coolen Shader mit einem Glow-Effekt. Und ihr seht, mit dem Shader-Graph zu arbeiten ist wirklich nicht so schwer. Ich habe es mir eigentlich auch viel, viel komplizierter vorgestellt. Wenn ihr mehr Shader-Graph-Videos sehen wollt, dann schreibt das jetzt mal unten in die Kommentare und dann mache ich da definitiv mehr coole Shader zusammen mit euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Unity- oder Blender-Tutorial wieder am nächsten Sonntag. In diesem Sinne, macht es gut, ihr Füchse. Ciao.